Herzlich willkommen zu unserem Kurzvideofilm Talk Orange mit unserem Landtagskandidaten Marc Weinmeister aus Guxhagen. Er kandidiert im Norden des Schwalm-Eder-Kreises für den Hessischen Landtag. Heute befinden wir uns in Edermünde-Besse, wo sich durch die Arbeit der Hessischen Landesregierung auch einiges tun konnte. Hallo Marc. Hi Sabrina. Sport ist immer ein großes Thema, überall, Stadt, Gemeinde, ganz egal. Was konntet ihr in Edermünde tun? Ja, hinter uns sehen wir den Trainingsplatz in Besse. Dieser Trainingsplatz war stark beansprucht und brauchte eine Erneuerung. Und wir konnten dort mit einem Zuschuss aus dem Sportland Hessen, das ist ein Programm des Hessischen Innenministeriums, einen Zuschuss geben, dass es der Gemeinde Edermünde insgesamt leichter gefallen ist, diesen Platz neu herzurichten. Und das ist, glaube ich, nicht nur für die Besse ein toller Erfolg, sondern für alle sportreibenden Edermünde insgesamt. Und das hat sich wirklich gelohnt. B B B Untertitelung des ZDF für funk, 2017